Mindestens 140 Forschungsprojekte weltweit suchen derzeit intensiv nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Wird sogar noch in diesem Jahr ein Impfstoff zugelassen? Fachleute bremsen diese Hoffnung jetzt. Denn eine Garantie auf einen Impfstoff überhaupt gegen Covid-19 gibt es keineswegs. Doch wie soll unser Alltag dann weitergehen? Clixoom Science & Future. Hier gibt's dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Clixoom gibt es inzwischen übrigens auch für die Ohren. Und zwar als Podcast. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind unten in der Videobeschreibung. Es ist DAS Ziel von Forschungsteams weltweit. Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Nach Meinung vieler Fachleute haben wir nämlich nur diese eine Chance, um gegen die Pandemie anzukommen. Erst wenn es einen Impfstoff gegen das Virus gibt, können wir uns wieder ganz sicher frei bewegen, reisen, arbeiten und Partys feiern. Daran ist jetzt aber noch lange nicht zu denken. Überall auf der Erde leiden und sterben Menschen an der Krankheit Covid-19. Aktuell gehen die Zahlen Richtung einer halben Million toter und bald zehn Millionen infizierter. Treiber der Zahlen sind vor allem Staaten wie die USA oder Brasilien, wo der Ernst der Lage noch nicht erkannt wurde. Denn diese Zahlen sind erst der Anfang und ich hatte es ja schon mal vor der Pandemie gesagt. Bei einem Land wie Deutschland könnte ein ungebrenzter Verlauf eine Million Tote bedeuten. Und in diesen Ländern geht es wegen ihrem halbherzigen Vorgehen in diese Richtung. In der Vergangenheit konnte bei vielen Krankheiten mit Hilfe von Impfstoffen ein solches Desaster verhindert werden. Zum Beispiel gegen Mumps, Pocken, Masern oder die Röteln. Diese haben sehr, sehr viele Menschenleben weltweit vor dem Tod bewahrt. Eine Umfrage hatte Anfang Juni offenbart, dass sich jeder zweite Deutsche 49 Prozent gegen das Coronavirus impfen lassen würde, wenn es denn einen Impfstoff gäbe. Jeder vierte, 26 Prozent, würde das in Erwägung ziehen. Und so tüften zahlreiche Forschungsinstitute und Unternehmen an Schutzimpfungen. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl SARS-CoV-2 seit etwa Anfang des Jahres 2020, also erst seit diesem Zeitpunkt bekannt ist, gab es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits Anfang Juni insgesamt 133 Impfstoffprojekte. Etwa 15 weitere sind am Start allerdings noch nicht verzeichnet. Mindestens acht Forschungsprojekte davon laufen in Deutschland und zehn mögliche Impfstoffkandidaten werden bereits an Menschen getestet. Hierbei handelt es sich um Freiwillige, bei denen getestet wird, ob der Impfstoff gut vertragen wird. Welche Nebenwirkungen gibt es und welche Dosis ist die richtige? In der Fachsprache ist von der klinischen Erprobung die Rede. Nach Angaben des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen VFA befinden sich derzeit bereits einige Projekte in Phase zwei von insgesamt drei. Im Klartext bedeutet das, dass der mögliche Impfstoff hinsichtlich der Verträglichkeit und Wirksamkeit nicht nur an Tieren erprobt wurde. In der ersten klinischen Phase wurde er zudem auch bereits an einigen Menschen und zwar an bis zu 30 Probandinnen und Probanden erfolgreich getestet. In der derzeit laufenden Phase zwei von drei wird der entsprechende Wirkstoff dann schon an einer größeren Gruppe von Menschen erprobt. Es sind etwa 50 bis 500 Freiwillige, bei denen der mögliche Impfstoff nicht nur in Sachen Verträglichkeit und Dosierung getestet wird. Auch die Reaktion des Immunsystems wird analysiert und überwacht. Noch vor einigen Jahren hätte es nach der Analyse des Virus bis zu einer Zulassung des Impfstoffes üblicherweise bis zu 20 Jahre gedauert. Das ist heutzutage und speziell in diesem Fall glücklicherweise anders. Dafür sorgen neue Technologien und auch die Erfahrung, die Forschungsteams weltweit mit Impfstoffprojekten gegen verwandte Viren gesammelt haben. Sind jetzt Gold wert. Und so sind manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler optimistisch, dass die Impfstoffentwicklung enorm schnell vonstatten gehen kann. Die WHO hatte vor kurzem verkündet, dass sie mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus bereits in 11 bis 17 Monaten rechne. Andere Expertinnen und Experten sagen voraus, dass es bereits Ende des laufenden Jahres einen Impfstoff geben könnte. Und tatsächlich. Einige Projekte waren bislang ziemlich erfolgreich. Zu den großen Hoffnungsträgern zählt unter anderem der US-Konzern Moderna, der mit seinem Mittel mRNA 1273 bereits Mitte März mit der ersten Phase der Erprobung an Freiwilligen in den USA gestartet war. Die Testpersonen wurden in den USA als Helden gefeiert. Nach Unternehmensangaben verlief die erste Phase äußerst erfolgreich. Demnach konnten bei den Probandinnen und Probanden nach zwei Impfungen Antikörper nachgewiesen werden, die mindestens so hoch konzentriert waren wie bei genesenen Corona-Patienten. Die Freiwilligen waren demnach also nach zwei Impfungen immun gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Auch in Tierversuchen hatte die Impfung verhindert, dass sich der Erreger in der Lunge verbreitet. Konkret hat der Impfstoff das Ziel, die menschlichen Zellen umzuprogrammieren. Diese sollen sich quasi in Virusfabriken umwandeln und Coronavirus-Proteine produzieren. Allerdings kontrolliert. So wird im menschlichen Körper also eine Infektion mit dem neuartigen Virus simuliert und das Immunsystem bekommt die Chance, einen Schutz dagegen aufzubauen, ohne dass das Virus tatsächlich existiert. Das Ganze soll natürlich ohne schlimme Nebenwirkungen und ohne eine tatsächliche Corona-Infektion passieren. Das US- Unternehmen bekamen von US-Präsident Donald Trump mehr als 400 Millionen Dollar. Denn seine Berater hatten dieses Impffrojekt als eines der 14 erfolgversprechendsten weltweit ausgewählt. Trumps sogenannte Operation Warp Speed soll bis Ende des Jahres 2020 einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt bringen. Der Name, der vom fiktiven Warp-Antrieb aus Raumschiff Enterprise abgeleitet ist, ist jedenfalls Programm. Obwohl die Zulassung noch lange nicht in Reichweite ist, soll noch in diesem Monat mit der Produktion des Impfstoffes begonnen werden. Falls das Projekt scheitert, also der Impfstoff dann nicht funktioniert in den Tests, muss eine ganze Charge wieder vernichtet werden. Zunächst steht für das Biotech-Unternehmen Moderna allerdings eben noch Phase 2 und 3 an. Auch hier muss sich der Impfstoff erstmal als wirksam und sicher beweisen. Und genau das ist die große Herausforderung. Denn die klinischen Tests der Phase 3 bei der hunderte bis tausende Menschen den Impfstoff in der Fachsprache Vakanzine verabreicht bekommen, ist nicht nur langwierig, sondern auch entscheidend. Erst hier macht sich beispielsweise das Antibody Dependent Enhancement, kurz ADE, bemerkbar. Hierbei handelt es sich um ein sehr seltenes Phänomen, das zum ersten Mal beim Dengue-Fieber-Virus beobachtet wurde. Die Rede ist von infektionsverstärkenden Antikörpern, die bei einer Zweitinfektion mit dem gleichen oder ähnlichen Subtyp des Virus zu einem schweren Krankheitsverlauf führen. Und genau das lässt Virologinnen und Virologen skeptisch sein. Denn auch bei Coronaviren kann dieses seltene Phänomen der sogenannten infektionsverstärkenden Antikörper auftreten. Erst wenn das also durch die Phase 3 ausgeschlossen wird, sind die zuständigen Behörden dazu in der Lage, einen Impfstoff zuzulassen. In Europa ist es die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Und in den USA ist es die Food and Drug Administration. Doch nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien ist die erste Testphase an Freiwilligen angelaufen. Etwa 1000 Patientinnen und Patienten sollen nun mit der Phase 3 starten, ebenso wie eine Testreihe mit Kindern. Beteiligt ist die Oxford University, die an einem sogenannten Vektor-Viren-Impfstoff forscht. Ein Impfstoff, der im Fall von Corona über ein harmloses Virus den Bauplan eines Proteins in den Körper schleust, das SARS-CoV-2 zum Eindringen benötigt. Der Körper soll so Antikörper dagegen bilden. SARS-CoV-2 hätte dann keine Chance mehr. Bereits im September könnte das Vereinigte Königreich mit dem Impfstoff beliefert werden. Der Kölner Virologe Florian Klein fasst das so zusammen. So schnell wie bei SARS-CoV-2 war der medizinische und wissenschaftliche Fortschritt noch nie. Der Druck, schnell ans Ziel zu kommen, ist jedenfalls enorm hoch und der Druck an die Forschung ebenfalls. Und genau das sehen manche Fachleute skeptisch. Dazu Carlos A. Guzman vom Hemmholtz-Institut in Braunschweig. Das ist das, wovor ich Angst habe. Dass so viel Druck ausgeübt wird, dass unreife Vakzine auf den Markt kommen. Ein Mensch, der krank ist, ist gewillt, gewisse Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, um geheilt zu werden. Aber eine Impfung verabreicht man einem Gesunden. Es darf nur eine Vakzine zugelassen werden, bei der sichergestellt ist, dass der Nutzen für den Geimpften überwiegt. Fest steht jedenfalls, es ist ein wahnsinniger Wettlauf gegen die Zeit und die Jagd nach dem Impfstoff verläuft kompromisslos. Wer hat zuerst einen wirksamen Impfstoff entwickelt, der ohne Nebenwirkungen einen zuverlässigen Schutz vor Corona bietet? Der Virologe Christian Drosten hatte dazu in einem Interview mit der Zeit gewarnt. Es ist denkbar, dass die Situation so schlimm wird, dass Regularien außer Kraft gesetzt werden. Man könnte sich vorstellen, dass man bestimmte Aspekte der Impfstoffzulassung für diese Krise übergeht und dass man nicht gut ausprobierte Impfstoffe verimpft. Also Vorsicht ist geboten. Hier müssen die Zulassungsbehörden dagegen steuern. Sie dürfen nicht auf die Uhr gucken, sondern müssen Studien sichten und analysieren, wie sicher und effektiv die Impfstoffkandidaten wirklich sind. Bisher liegt der Rekord für die schnellste Entwicklung bis zur Zulassung eines Impfstoffes bei vier Jahren. Hier ging es um den Impfstoff gegen Mumps. Doch bislang kann niemand sicher sagen, dass die Impfstoffentwicklung bei dem neuen Coronavirus genauso schnell oder sogar noch schneller vonstatten gehen kann. Möglicherweise nimmt das Ganze auch Jahrzehnte in Anspruch. Und mit letzter Sicherheit ist es überhaupt nicht mal klar, dass es überhaupt mal einen sicheren und wirksamen Impfstoff geben wird. Das sagt beispielsweise der Münchner Virologe Oliver Kepler in einem Interview mit tagesschau.de. Wir müssen uns an den Erfolgen, aber eben auch an den Misserfolgen der letzten 30 Jahre messen lassen. Wenn wir zurückblicken auf die Impfstoffentwicklung gegen andere pandemische Infektionskrankheiten durch Viren, Bakterien oder Parasiten wie HIV-AIDS, Dengue-Fieber, Tuberkulose oder Malaria. Das sind Geißeln der Menschheit, die seit Jahrzehnten für Leid und Tod sorgen. Und wir haben es bisher nicht geschafft, auch nur gegen einen dieser vier einen effektiven Impfstoff zu entwickeln. Es gibt also tatsächlich einige Krankheitserreger, an denen sich die Forschung die Zähne ausbeißt. Bereits 1984 wurde das HIV-Virus identifiziert und trotz vieler Anläufe sind alle Impfstoffprojekte gescheitert. Auch gegen Hepatitis C konnte bislang kein Impfstoff entwickelt werden und bis zu zwei Millionen Menschen weltweit infizieren sich weiterhin und das pro Jahr. An Malaria sterben jährlich etwa eine Million Menschen und auch hier gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Und das, obwohl seit Jahrzehnten danach gesucht wird. Dennoch ist auch hier klar, dass es bislang niemals solche gemeinsamen großen Anstrengungen gab, einen Impfstoff zu entwickeln. Zahlreiche Unternehmen und Forschungsinstitute sind dabei und es fließen Milliarden Euro. Doch klar ist auch, selbst das ist keine Garantie, dass wir es schaffen, einen super Impfstoff zu entwickeln. Denn die Anforderungen sind hoch. Der Impfstoff soll zum einen sehr effektiv sein. Er soll im besten Falle alle Menschen, die geimpft werden, vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus schützen. Doch nicht nur das, denn natürlich spielt auch die Sicherheit eine entscheidende Rolle. Auch für ältere und sehr kleine Kinder soll er sicher sein und keine schweren Nebenwirkungen zur Folge haben. Und zum Dritten wäre es natürlich wünschenswert, wenn innerhalb von kürzester Zeit Milliarden Impfdosen hergestellt werden könnten. Dazu der Virologe Oliver Kepler im tagesschau.de Interview. Die Hoffnung auf einen solchen Superimpfstoff zu setzen, ist aus meiner Sicht völlig überzogen. Es könnte auch sein, dass wir den nie haben werden. Wir müssten stattdessen darüber sprechen, ob wir Teilerfolge erzielen könnten. Der Wissenschaftler meint damit, beispielsweise die Entwicklung von Impfstoffen, die zumindest bei bestimmten Personengruppen für eine Teilimmunität sorgen. Möglicherweise könnten dann die schweren Infektionen wegfallen und manche Menschen gut geschützt sein. Er appelliert, neben der Impfstoffentwicklung auch effektive antivirale Medikamente weiter nach vorne zu bringen. Auch der Immunologe Ian Fraser aus Australien bremst die großen Erwartungen. Er sagt in einem Interview mit dem TV-Sender 7 News, wir müssen auch erkennen, dass es nicht immer möglich ist, einen Impfstoff zu bekommen, nur weil wir einen wollen. Eine ähnliche Meinung hat auch David Nabarro, Sondergesandter der Weltgesundheitsorganisation für Covid-19. Wir können nicht verlässlich davon ausgehen, dass überhaupt ein Impfstoff gefunden wird oder, wenn er entdeckt wird, ob er alle Tests auf Wirksamkeit und Sicherheit bestehen wird. Doch wie sähe dann unser Alltag aus? Ein Leben mit dem Coronavirus? Auf absehbare Zeit ist diese Welt dann eine andere und wir müssen uns weiter mit bestimmten Verhaltensregeln abfinden und konsequent anwenden, Abstand halten, Mund-Nase-Bedeckung tragen und Hygienemaßnahmen einhalten. Bis es effektive Impfstoffe oder aber Behandlung gibt, wird das alles zu unserem Leben dazugehören. Ob es uns gefällt oder nicht. Und klar ist auch, alle Anstrengungen werden wohl nicht umsonst sein. Denn selbst wenn sich die Pandemie von selbst abschwächt und wir die zweite Welle nicht erleben, sind die bisher entwickelten Konzepte weiterhin äußerst wertvoll. Denn SARS-CoV-2 wird nicht das letzte Coronavirus sein, das vom Tierreich auf den Menschen übergeht. Dann könnte man aber beim nächsten Mal möglicherweise schneller reagieren. Schaut man in die Vergangenheit zurück, sind während der Impfstoffentwicklung einige Erreger seltener geworden. So beispielsweise beim Ebola-Ausbruch von 2014-15 in Westafrika. Der Impfstoffkandidat R-VSV-CBOV war gerade fertig, als die Epidemie plötzlich verebte. Doch jetzt wütet auch dieses Virus wieder in der Republik Kongo und es gab dort erst Anfang Juni wieder einen neuen Ausbruch. Wir machen uns mit unserem Verhalten, indem wir immer näher an unberührte Biotope heranrücken, sie ausplündern und ihre Tiere verwerten und damit solche tödlichen Viren geradezu einladen, extrem angreifbar für solche Krankheiten. Wenn wir unser Verhalten nicht ändern, werden wir wohl auf Dauer mit diesen tödlichen Begleitern leben müssen. Dann hätte jetzt ein Zeitalter der Masken und des Abstands begonnen. Coronavirus hilft Remdesivir anklicken, hier anschauen und abonnieren und zwar einfach Medizin. Es gibt glaube ich keinen Kanal, auf dem man mehr über Covid-19 erfährt als bei einfach Medizin. Also Abonnierpflicht und ansonsten bis dann. Bleibt dran.